Oliver Pocher kann es einfach nicht lassen. Er macht sich erneut über Amira Pocher lustig. In einer Live-Podcast-Folge von Die Pochers frisch recycelt stichelt er gegen seine Ex-Frau. Mit Co-Moderatorin Sandy Meyer-Wölden spricht er über Beziehungen. Olli fragt Sandy nach ihrem neuen Partner, lenkt aber auf Amiras Beziehung zu Christian Düren um. Er scherzt, hast du den auch so an einer Leine langgeführt, so wie Amira mit Christian Düren? Damit spielt er auf einen Social-Media-Post an, in dem Amira den Tuff-Moderator an der Leine führt. Sandy ist verwirrt und fragt, hä? Olli erklärt, das war diese Woche, da hatte Christian Düren Amira an der Leine. Als er Amiras Lachen nachahmt, wird es Sandy zu viel. Sie lenkt das Gespräch zurück auf ihren Partner Alexander Müller. Es ist nicht das erste Mal, dass Olli gegen Amira stichelt. Sind seine Neckereien ein Zeichen dafür, dass er noch nicht über sie hinweg ist? Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder und stehen daher in Kontakt. In ihrem Podcast Liebesleben spricht Amira über ihr Verhältnis zu Olli. Es wird nie langweilig. Mal ist es gut, dann wieder nicht. Es gibt noch keine Konstante, sagt sie. Wie sich ihre Beziehung weiterentwickelt, bleibt abzuwarten.